Ein Schweizer Staat UB forscht an einem wasserstoffbetriebenen Hyperschallet. Eine Finanzspritze soll die Entwicklung vorantreiben. Mit einem gewöhnlichen Passagierflugzeug dauert ein Flug von Frankfurt nach Sydney rund 20 Stunden. Ein Schweizer Staat UB will die Reisezeit auf rund 4 Stunden verkürzen, und zwar mit einem wasserstoffbetriebenen Chat. Erste Tests hat Destinus mit seinem Hyperschallprototyp Eiger bereits absolviert. Das Geld dafür stammt aus mehreren Finanzierungsrunden. Jetzt hat das Unternehmen eine zusätzliche Finanzspritze von der spanischen Regierung erhalten, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Fördersumme beläuft sich auf 12 Millionen Euro. Wir freuen uns sehr darüber, diese Zuschüsse erhalten zu haben, sagt Davide Bonetti, leitender Ingenieur bei Destinus. Mit diesen Zuschüssen werden wasserstoffbasierte Lösungen für die Mobilität in der Luftfahrt einen Schritt näher an die Realität heranrücken. Für den Antrieb der Eiger kommt flüssiger Wasserstoff zum Einsatz. Dabei sollen nur Wasser und Hitze wieder an die Umwelt abgegeben werden. Das mache den Hyperschalljet klimaneutral. Der Jet soll zudem autonom abheben und navigieren. Gedacht ist Eiger sowohl als Passagier als auch als Frachtflugzeug. Laut dem Hersteller lasse sich der Jet leicht in den Alltag integrieren, weil er keinen Lärm verursacht und herkömmliche Flughäfen nutzen kann. Destinus wurde von Mikhail Kokorig gegründet. Der russische Physiker und Unternehmer war einst CEO des Weltraum-Stat-Obs Momentus, verließ den Konzern aber kurz vor seinem Börsengang. Momentus wurde vorgeworfen, Investor-SternInnen getäuscht zu haben. Mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEG erzielte die Firma einen 7-Millionen-Dollar-Vergleich. Destinus ist seit Juni 2022 Partner des spanischen Motorenherstellers ITP Aero. Gemeinsam arbeiten die beiden Unternehmen an einer Testanlage für Wasserstoffmotoren. Mit dem Zuschuss der spanischen Regierung wird der Bau der Anlage nun an einem Standort nahe Madrid finanziert. Bislang existieren von Eiger ausschließlich Prototypen. Prototypen